Willkommen beim 24-Stunden-Nachrichten-Kanal. Klicken Sie auf die Schaltfläche Abonnieren, um die neuesten Nachrichten zu aktualisieren. Sie führte ihn aufs Glatteis. Helene Fischer hütete ein Geheimnis. Darum hat sie Florian Silbereisen eiskalt belogen. Das wussten nur wenige Personen. Eine Vertrauensperson packte bei uns aus. Aber dann lässt er die arme Familie, die damit viel Geld gemacht hat, für immer in Ruhe. Besonders Florian war von ihrem Auftritt überrascht, denn Helene führte ihn vor der Sendung mächtig aufs Glatteis. Sie hat mir vor der Show Nachrichten geschrieben, hat Bilder geschickt aus ihrem Urlaub. Das war so real, dass ich wirklich nicht damit gerechnet habe. Das Paar war zu diesem Zeitpunkt bereits seit gut einem Jahr nicht mehr liiert. Sie hat ihn so hart angelogen, weil sie ihn testen wollte, wie er reagiert, ob da noch Liebe ist oder nur eine kleine Flamme und bekam an diesem Abend sehr viel Geld dafür, dass sie Florian überrascht hat und zuvor angelogen. Sie hat laut der Vertrauensperson 45.000 Euro erhalten plus die Fahrtkosten, weil sie aus ihrem Luxusurlaub fliehen musste.